Hallo, mein Name ist Marina Weiß. Ich bin für die Teamorganisation und Koordination zuständig und ich probiere euch einen kleinen Einblick in unser Team Mücke Motorsport hier am Heim Grand Prix Lausitzring zu geben und ich wünsche mir und euch eine Menge Spaß dabei. Bis später. Danni versorgt mein Spiel. Vielleicht verloren. Wir sind süchtig. Ich bin Game Over mit Danni. Zweimal dein Score. Danke Danni. Sieht nicht gut aus. So, und heute findet auch noch die Bergeübungen statt. Und Vitali? Dir geht's gut, ja? Morgen starten wir ins Cronify. Für heute ist erstmal Schluss. Die Autos sind zugedeckt und sagen gute Nacht. Wir sind auf dem Weg zur Rennstrecke. Samstagmorgen und das Wetter ist miserabel. Also, das nenne ich live. Das ist Live-Burchterstattung. Genau. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Tim hat sich versteckt. Guten Morgen, Tim. Und du? Ausgeschlafen? Geh. Dann schauen wir mal, ob der Chef auch schon wach ist. Guten Morgen, Peter. Morgen, Marinchen. Und lecker Frühstück. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Guten Morgen, Vitali. Guten Morgen. Wie geht's dir? Danke, danke. Es ist gut. Schön. Na ja. Okay, geh weg. So, wir haben einen neuen Fahrer. Hier in unserer Box. Scary. So, Vitali macht sich auch gleich fertig. Jetzt geht's los. Es ist 23.19 Uhr und wir machen Feierabend. So, Sonntagmorgen 8.07 Uhr. Wetter sieht immer noch nicht so wirklich klasse aus. Aber wir starten mit Dani von Platz 5 und mit Vitali von Platz 14. Und wir sind zuversichtlich. So, jetzt sind wir auf dem Weg in die Startausstellung. Und auch Chef muss ein Interview geben. Oh, reisig. Jetzt geht's los. Oh, reisig. Wuhhhh. Lol. Bis zum nächsten Mal.